So, weiter geht's hier in Skyrim. Wir wollen mit der Rotwald-Une entsprechen. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Ey, wow, wow, wow. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Immer ruhig. Wissen Sie, Alikir, also wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Sagt es mir. Beruhig dich, ey. Äh, bitte, was macht man? Ich werde euch nichts tun. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adelige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Alt-Miri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Und wie soll ich so loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Hm. Irgendwelche Vorschläge? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Hm. Habt ihr euch nicht an die Wache gewandt? Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Welche Ideal können gekauft werden? Und die Alikier sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Dann werde ich... Dann werde ich euch nicht enttäuschen. Und ich weiß schon, wie ich ins Gefängnis komme. Denn ich... Ich habe mich da schon mal reingeschlichen. Ich habe doch gesagt, dass wir uns in Flusswald treffen. Wat? Delfin? Wat machst du denn hier? What the fuck? Wat macht die Tusse denn hier in Weißlauf? Da behabe da bitte? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ach, halt die Schnauze. Weil, ähm, lauf ich gerade richtig oder falsch? Ich will... Natürlich laufe ich falsch. Natürlich laufe ich falsch, ey. Was frag ich noch? Ich muss da lang. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Kynesheim. Ich bitte euch, euren Hund unter Kontrolle zu halten. Joraskes Jaulen ist kaum noch zu ertragen. Ähm, doch nicht? Hä? Ich bin nochmal vom Gefängnishaus hierher gekommen. Oder träusche ich mich da jetzt? Ich bin nochmal vom Gefängnishaus hierher gekommen. Ah, Kerker. Wusste ich's doch. Tür? Per Expertentür. Expertentür denied. Hallo? Hallo, ich suche hier jemanden, der gefangen ist. Hallo? Ah! Also, irgendwie bin ich hier so falsch, so. Ich glaube, das ist hier eher ein Ausgang als ein Neingang. Drrr! Dumm! Oder? Hm, wo geht's denn hier längs? Hallo? Ne, da geht's halt nur da lang. Also, wieder in die Wachunterkünfte. Hm, schade. So viel dazu. Drrr! Okay, erstmal wieder Framedrop, weil die ganze Welt geladen werden muss. Und das meine ich ernst hier. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut! Oder könntet ihr... Soll ich dich mit Fußroda wegpusten und überweisen, dass ich's bin? Ich mach das gleich! Fußroda! Boah! Boah! Acht Frames sind kacke! Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht habt. Karten! Götter! Die Götter! Die Götter! Ich bin nicht in die Flüge! Ich bin nicht in die Flüge! Das ist ein Flüge! Das ist ein Fremd. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsang könnte mehr Heide brauchen. Der gülden Grünbaum blüht wieder. Das haben wir nur euch zu verdanken. Mögen die Göttlichen euch segnen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, kannst du mir dann entschuldigen. Äh, bitte. Genießt euren Besuch in der Küste. Wer hat diesen dummen Schlüssel? Oder muss ich etwa... Natürlich! 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 Voller Meht wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Warte, drum mit Weißen? Äh... 59... Wisst ihr, wie man diesen Steinkreis im Südwesten nennt? Das ist Sekundas Sockel. Für die Riesen ist es ein heiliger Ort. Also benehmt euch dort entsprechend. Ignore me! Huh! Mir wurde etwas gesagt, was für die Karte wichtig ist. Ich will diesen Schlüssel. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluge Ansatz. Yes! Wie Gott, Schlüssel! Wie Gott, Schlüssel! Wie Gott, Schlüssel! Ich hab den Schlüssel geklaut! Haha! Wie jetzt? Das ist der falsche Schlüssel! Ach, ihr könnt mich allemal! Was gibt's denn? Ich hab nen Kerker-Schlüssel! Verdammte Axt! Ich hab nen Kerker-Schlüssel! Ja, ähm... Kerker! Kerker-Schlüssel von Weißlauf! Wieso kann ich dann diese dumme Tür nicht öffnen! Was guckt ihr denn so? Oh, weil ich sie nicht öffnen muss. Drrr! Äh, ich muss Kematu finden. Sag mir, wo er ist, oder ich schipp dir auf den Maul. Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit mir am Ende bedeutet. Schnauze. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Hm, die Husser-Strafe. 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn es weiter nicht trifft. Wenn ihr die Situation wirklich wollt, solltet ihr hoffen, wenn das dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Warum wollt ihr jetzt rücklassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Haha. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Mhm. Na, wenn es weiter nichts ist. Missachtet das Gesetz. Und ihr missachtet mich. Schnauze. Ich will den Typ da freilassen. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Komm her, Junge. Ich kann die Tür nicht öffnen. So, wir sollten euch jetzt mal darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig hilfreich sein können. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt sag mir, wo Kematu ist, oder es gibt dich echt auf den Maul. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem. Nicht meines. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! So, jetzt haben wir wieder zigtausend Sachen zu erledigen. Ist doch supi! Hm, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Was machen wir jetzt als nächstes? Von unseren Zick-Quests. Jetzt machen wir wieder Framedropper, Fell, Tötekimatu, Tötekimatu, Tötekimatu. Okay, laut die Gütige. Trifft Delphine. Für den Schrein von Böthia. Zum Gequendel. Nein, danke. Schluchtweih-Hexen. Das können wir endlich mal machen. Was haben wir hier? Energiequelle. Museum. Verschiedenes können wir wieder ausmachen, aber... Ich glaube, wir machen endlich mal die Gefährten zu Ende. Neulich habe ich etwas in der Nähe der Schimmer-Nebelhöhle im Nordosten gesehen. Da war so eine kleine, unheimliche Kreatur. So etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Karte aktualisiert. Danke sehr. Und gestalte dieses Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch, Rote Legionen. Denn ich liebe... Es geht ein Riss durch ihn, ist er. Wie gern würde ich den Typ einfach umbringen. Leider gibt das Kopfgeld. Wenn es nicht verboten wäre, ihn umzubringen, wäre der Typ schon längst tot, allein mir auf den Senkel geht. So, dann machen wir uns einfach mal auf den... Bin ich eigentlich dumm oder so? Die Frage brauche ich nicht zu beantworten. Ich hätte... Ich sollte vielleicht mal schnell Reisen machen zu einem Ort, der in der Nähe liegt. Also zumindest näher als Weislauf. Weislauf ist ein... Was ist denn der nächste Ort, den ich entdeckt habe? Da ist der Trindler-Nest. Da muss ich hin. Ähm... Rechterschein und dann ganz dahinter. Hooray! Das kann lustig werden. Das heißt, wir haben uns die nächste Folge wieder nur herumgereihte. Hooray! N1! Mit diesem schönen roten Himmel sag ich euch einfach mal bis im nächsten Part. Tschööööööösss!